Das ist jetzt das erste Video zum Thema vom sogenannten menschengewachten Klimawandel. Es ist wahrscheinlich aufgefallen, es ist ja nicht zu übersehen, dass ganz merkwürdige Dinge vor sich gehen. Von der angeblich von der Öl-Leo-Finanzierten Gegenbewegung haben wir vor allem verärgerte, offensichtlich nicht vermögende theoretische Physiker und andere Naturwissenschaftler. Der Klimawandel wird vertreten von Leuten, die irgendwelchen merkwürdigen Wissenschaften wie Klimatologie oder Simulationen angehören. Der Hauptvertreter der ganzen Überlegung ist ein 15-jähriges Mädchen, das nicht gerne zur Schule geht und dessen Vorfahr ein, ich sag's mal so, umstrittener physikalischer Chemiker des 19. Jahrhunderts ist. Eine der vielleicht merkwürdigsten Figuren in dieser ganzen Geschichte ist der Herr Professor Lesch. Lesch soll, und das scheint bestätigt zu sein, Professor an einer deutschen Universität in München sein. Nun, was viele Leute nicht wissen, ist, dass das Ziel eines theoretischen Physikers, Mathematiker und Chemiker weniger, ist es Professor zu werden, weil nur diese Positionen vernünftige Positionen sind, um Forschung zu betreiben. Das gilt vor allem in Europa, wo bei der Industrie praktisch keine Stellen für theoretische Physiker vorhanden sind. Wenn nun jemand dieses Ziel erreicht und danach als Pausenclown beim Fernsehen arbeitet, dann ist so etwas mehr als merkwürdig. Wir sehen das beim Schweizer Fernsehen. Da ist derjenige, der diese Wissenschaftszentrumen macht, ein Biologe. Also jemand, der eben diese hierarchische Stellung eines Professors nicht erreicht hat. Er macht dies sehr gut, muss ich sagen. Ich lerne jetzt seinen Namen nicht, aber er macht es sehr gut, ist aber eben nicht Professor. Wenn jemand Professor wird und stattdessen wechselt, ist das mehr als seltsam. Es ist sehr seltsam und deswegen habe ich Herrn Lesch auch einen Brief geschrieben, weil ich verstehe nicht, was er macht und was seine Motive sind. Und ich verstehe vor allem nicht, woher er seine merkwürdigen Ideen nimmt. Kommen wir nun zum Brief an den Herrn Professor Lesch. Der Brief ist vom 29. März 2019, also vor etwa einem Jahr. Professor Lesch ist an einer Münchner Universität, die ich nicht kenne, am Institut für Astronomie und Astrophysik und natürlich beim ZDF, aber das ist ja dann nicht so wichtig. Sehr geehrter Herr Professor Lesch appelliere als Kollege an Ihre Berufsehre als Physiker in Bezug auf Ihre Beiträge in der Klimadebatte, im Fernsehen und auf sozialen Medien. Wie Sie wissen, wurde erstens der Einfluss von CO2 vom schwedischen Chemiker Svante Arrhenius vor der Deckung der Quantenmechanik durch Planck und vor allem Heilsberg, Schrödinger und Co. 1896 postuliert. Das Statement dürft ihr nicht unterschätzen, weil wenn ihr etwas behandelt, ohne die Quantenmechanik zu berücksichtigen habt, habt ihr keine Stoffabhängigkeit. Weil Moleküle, vor allem in der Gasphase, aber auch in Flüssigkeiten etwas weniger im Festkörper, sind im Wesentlichen nur durch die Quantenmechanik zu definieren. Deswegen gibt es die Quantenchemie, ein Gebiet, das ja das Gebiet ist, auf dem ich jahrzehntelang gearbeitet habe und auch heute ja noch arbeite. Also, 1896 können Sie gar keinen Treibhauseffekt haben, das geht prinzipiell nicht. Dabei ging er von einer Schwarzkörperstrahlung, hat man dann eben erst nach 1896 richtig verstanden und auch heute noch gibt es von einem Herrn Robiteil neuere Entwicklungen. Kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen, wie das die Leute hier tun. Nicht nach Planck, sondern nur nach dem Stefan-Boltzmannschen integralen Strahlungsgesetz aus. Das ist diese T hoch 4 Abhängigkeit. Sowohl der Sonne, da macht es sogar Sinn, der Erde, da macht es anscheinend Sinn, ist aber ein bisschen komplexer und eben fälschlicherweise der Atmosphäre aus. Dazu muss man sagen, das ist wahrscheinlich nicht fälschlicherweise, aber es ist eben nicht stoffabhängig. Das ist der Punkt. Die korrekte Beschreibung der Atmosphäre benutzt jedoch die drei diskreten Infrarotband des CO2s bei 2040, 2040 und 2046 Wellenzahlen mit einer Breite von etwa einer Wellenzahl sowie derjenigen, der anderen Moleküle der Atmosphäre intensiv nach 0 bei N2 und O2 und natürlich nicht 0 bei den anderen Molekülen. Das ist dann eben die Quantenmechanik oder Quantenchemie, wenn Sie so wollen. Ich habe für die erste Betrachtung die Rotationsverteilung ignoriert. Das tönt brutal und wird die Leute in den Wahnsinn treiben, aber das ist besser fundiert, als jeder, dass die jemals bestehen werden, glaubt mir das. Dies ist nebensächlich. Diskrete Zustände in Molekülen sind erst ab etwa 1925 bekannt, also das Spektrum ist von 34, glaube ich, mit der Entwicklung der Quantenmechanik. Da also nach der Planck'schen Strahlungsverteilung für die postulierte Erdtemperatur von 2088,15 Kelvin die abgestrahlte Energie etwa zwischen 0 und 3000 Wellenzahlen liegt, Sianang, ist mit einem Einfluss des CO2s von maximal 3,000, also einem Promille zu rechnen. Also ein Promillfund im Sigma T hoch 4. Als meiste dürfte aber sowieso durch Reemission wieder abgestrahlt werden. Also die Atmosphäre strahlt natürlich ab, all die Moleküle, die da sind, die strahlen ab einerseits durch Liar und einerseits durch Rahman. Also das fällt klar. Daher stellt dieses Promille die absolute obere Grenze dar. Also nach dem zweiten Hauptsatz müsste es sogar negativ sein, die Abstrahlung. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist die obere Grenze. Das ist das, egal ob Plus oder Minus. Um das Ganze aber noch schlimmer zu machen, ist für diejenigen Bande, die man am nächsten beim Maximum der Max Planck verteilt, also die mit 1043 Wellenzahlen, die symmetrische Streckschwingung des CO2-Moleküls und die ist aus Symmetriegründen eher inaktiv. Wenn NASA dann misst, die haben das Maximum nicht bei 1000 Wellenzahlen, sondern bei 650 Wellenzahlen. Das haben sie durch eine einfache Datenmanipulation erhalten. Oder darüber schreibe ich wahrscheinlich dann auch noch etwas oder mache ein YouTube-Video. NASA wisst schon, die Leute auf dem Mond. Oder eben nicht auf dem Mond. Die einzig wichtige hier aktive Schwingung befindet sich über 1000 Wellenzahlen vom Maximum entfernt. Ich habe den Brief eine Tabelle mit den berechneten Tierintensitäten angehängt. Ja, nicht wie wenn das nicht in jedem physikalisch-chemischen Lehrbuch stehen würde, aber man kann ja nie wissen. Zweitens mache ich sie auf das Ihnen natürlich ebenfalls bekannte Lambert-Bärsche-Absorptionsbesetz gesandt. Dies zeigt eine exponentielle Zunahme der Absorption in Abhängigkeit von der Konzentration. Das bedeutet im Wesentlichen, dass auch die kleinste Menge CO2 bereits die volle Absorption macht. Und wenn sie mehr dazu gibt, dann gesättigt ist. Gesättigt, da ändert sich nicht viel. Ich habe es dann noch explizit ausgerechnet für Leute, die Mühe mit Exponentialfunktionen haben, wie die Professoren der Münchner Universitäten. Gehen wir zur zweiten Seite. Auf der zweiten Seite wird eben diese Exponentialabhängigkeit für die Absorption nochmal ausgeführt. Als in Deutschland Klaus Heimloth, das Professor für Physik an der Universität Bonn gewesen, die ganze Klimahysterie losgetreten hat, der war da vorher gar. Da wurden ihm auch sofort von den Spektroskopikern mitgeteilt, dass man das eben nicht so machen kann, wie da behauptet wird. Unter anderem, das ist fast lustig, deswegen zitiere ich es, hat Professor Stadler von der Universität Mainz, der Professor für Organische Chemie, Polymer Chemie, falls das jemand wissen will, in der Mainzer Allgemeinen Zeitung festgestellt, dass das eben falsch ist. Nun, Herr Stadler ist leider nach ein paar Jahren frühzeitig verstorben. Das tut mir an der Stelle wirklich leid. Aber es ist natürlich so, wenn ein Chemiker etwas sagt, und dann kommt ein Physiker, die wissen es ja besser. Und ich habe bei einem Chemiediplom auch mir ein paar Mal anhören müssen, das sei eben so, wie sich ein Chemiker das vorstelle. Zum Beispiel habe ich darauf bestanden, dass Strom zwingend die Bewegung von Ladungen irgendwelcher Art voraussetzt. Gut, dann gehen wir zurück zum Brief. Man kann eben mit dieser Messung machen. Die maximale Absorption wird schon frühzeitig erreicht und auch kleine, wenig zu moderate Zunahmen bis zur Phasengrenze von CO2, die wegen dem fehlenden Dipolmoment von CO2, das dann halt eben keine Wasserstoffbrücken bilden kann und einen relativ tiefen Gefrierpunkt hat, ist das völlig irrelevant. Vielleicht eine kleine Nebenmerkung zur Planetologie, weil da kommt das eigentlich auch ein bisschen falsch rüber in ihrer Ausbildung. Also, dieser Treibhauseffekt, den kann man wirklich bei keinem Planeten des Sonnensystems feststellen. Man hat lange Zeit geglaubt, der Jupiter könnte eventuell, aber das stimmt eben auch nicht. Und das bereits gebrauchte Buch, also der Insel, das heißt, das braucht das Gegenteil, aber die besseren Lehrbücher der Astronomie, also der Planetologie jetzt, um genau zu sein, die wissen schon, was genau abläuft und man sollte halt vielleicht die besseren Bücher verwenden. Gut, im Gegensatz zum Wasser habe ich da noch erwähnt, also Wasser, Wasserdampf, das wissen Sie sicherlich in den Wolken, da ist flüssiges Wasser, Wasser, Wasser vorhanden, und das haben Sie gelernt bei Ihrer Ausbildung zum Piloten oder halt auch sonst in Ihrer Belesenheit, haben Sie davon gehört. Und flüssiges Wasser ist natürlich etwas anderes als Gase, verdünnte Gase vor allem mit CO2, Methan und anderen Molekülen, die da so rumschwirren in der Atmosphäre. Ein Steuern der Konzentration dieses Stoffes, gemeint ist Kohlendioxid, durch lineare Massnahmen wie Steuerangaben, also Steuern gleich Steuern, ist sogar ein physikalischer Unsinn. Es ist Schwachsinn, mit linearen Störungen eine Exponentialfunktion verändern zu wollen. Das kann man natürlich machen, wenn man am Freitag demonstriert, und dann kennt man halt die Exponentialfunktion nicht. Ein komplettes Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre ist aber wegen dessen Notwendigkeit für das Pflanzenwachstum nicht möglich, und wir werden daher mit den drei Absorptionsbanden des CO2 oder dem Absorptionsprofil leben müssen. Ja, vielleicht, wenn Sie mal Zeit haben, dann googeln Sie, oder nehmen Sie besser DuckDuckGo oder Bing nach den C4-Pflanzen. Gerade in Europa sollte man eine hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben, damit diese Pflanzen besser wachsen. Ich vermute sogar, dass der Kolonialismus, den Europa über die Welt brachte, nur deshalb möglich war, weil wir diese C4-Pflanzen eben mit genügend CO2 versorgt haben. Und dann wäre die Konzentration während der Kolonialzeit, also das wissen Sie, das ist nach den Napoleonischen Kriegen bis etwa 1890 höher als 82 BPM. Und das wird auch durch analytische Messungen bestätigt. Wahrscheinlich hatten wir dazu mal schon 400 BPM im 19. Jahrhundert. Wie es weiter vor war, kann ich eigentlich nicht sagen, aber ich vermute, CO2 war schon immer sehr hoch. Gleich zu heute, meine ich. Ich weiss selbstverständlich, dass sehr viel Geld in der Klimadebatte involviert ist. Nach der Weltwoche vom 21. März 2019 auf Seite 222, auf Seite 22, Entschuldigung, sind es insgesamt über 500 Milliarden Schweizer Franken. Das heißt, es geht hier um Billionen Verträge, Billionen Beträge. Und ja, ich meine, in Deutschland mit all diesen wirklich hässlichen Wildmühlen. Oder was soll diese Dinger mit den Flügeln, die sich drehen? Da wird es auch nicht weniger sein als in der Schweiz. Kann man sicherlich sagen. Solche kurzfristigen pekuniären Aspekte haben aber in unserem Beruf, also im Beruf des Physikers, keine Rolle zu spielen. Und ich erwarte von Ihnen daher ein dieses Faktum entsprechendes öffentliches Auftritten. Nicht wahr, Professor Lesch war an einer Jesuitenschule. Das heisst, er wird Fremdwörter wie Faktum zweifellos kennen. Auch weil langfristig zwar nicht unbedingt meine physikalische Interpretation, aber ganz sicher die Absurdität der ganzen Klimahysterie durch die Allgemeinheit entdeckt wird. Nicht wahr, wenn es jahrzehntelang jetzt immer die gleiche Temperatur hat, dann werden es auch die weniger wachen Leute merken. Ich habe ein Lehrbuch der Schule. Da wird behauptet, dass bis ins Jahr 2000 die Temperatur um 5 Grad steigt. Das wurde gedruckt um 1998, das Buch, und nachgedruckt im Jahr 2001. Das Jahr 2000 ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Bis 2010 kommt sicherlich weitere 5 Grad, und bis 2020 noch mal 5 Grad mindestens. Das heisst, jetzt hätten wir die Mieter 15 Grad als Durchschnittstemperatur. Haben Sie sicherlich gemerkt, und Sie haben Ihre Mieterferien an der Ostsee verbracht, in dem tollen Badeurlaub. Ich bin auch gerne bereit, mit all den Leuten, die jetzt den Klimawandel und das Aussterben der Reisbären und das Schmelzen der Gletscher beklagen, in die Ostsee zu springen, vielleicht ein bisschen FKK auf Sylt oder so etwas. Dann werden wir schauen, wer das wie lange aushält. Meine Vermutung ist, dass die Leute, die in dem Klimawandel sind, es nicht so lange aushalten. Ich kann es ja dann sehen. Die ganze Absurdität der ganzen Klima, die durch die Allgemeine entdeckt wird, was zu einem massiven Verlust des Ansehens der Wissenschaft nicht zuletzt unseres Faches führen dürfte. Dr. Dr. Sheldon Cooper kann sich ja nicht so gut in der Öffentlichkeit bewegen und bewegt sich ein bisschen seltsam. Und wenn halt die Physik jetzt dann massiv daneben liegt in der Klimatologie, dann werden wir im Fach selber auch Dr. Dr. Sheldon Cooper sein. Und das möchte ich doch verhindern. Also das sollte man vielleicht überdenken. Abgesehen davon, dass die ruinösen Steuern, die mit dem sogenannten Klimanotstand verbunden sind, einen wirtschaftlichen Niedergang und damit das Ende der Grundlagenforschung in Europa bewirken werden. Ja, irgendjemand muss das ZERN zahlen und wenn alles Staatsgeld in Klimaschutzmassnahmen gehen, dann hat man zwar kein Geld mehr für die Klimaforschung und für das ZERN und Tja, Pech halt für die Physiker. Aber ich meine, auch diese Universitätsstellen mit der Grundlagenforschung, die muss ja jemand zahlen. Die zahlt der Bäcker, der am Morgen die Brötchen backt. Zahlt der Gärtner, der die Bäume pflanzt, die gerne CO2 haben und natürlich auch der Bauer, der die Kühe melkt am Morgen früh. Die müssen alle für unsere Stellen aufkommen. Tja, sollten wir berücksichtigen und uns entsprechend verhalten. Hochachtungsvoll. Ja, Sie wissen, wenn man mit Hochachtungsvoll abschließt, dann meint man meistens nicht hochachtungsvoll, aber was man dann meint, darf man dann eben nicht schreiben. Ich habe dann auf der nächsten Seite eine Diskussion um den Planck'schen Strahlungsgesetz, jetzt in dem ich es geplottet habe und die eher Absorptionsbanden dort eingetragen habe. Ich mache eine Kopie dieses Briefes an Roger Köppel und Florian Schwab von der Weltwoche geschickt. Die zwei haben versucht, ein bisschen Licht in den Klimadschungel zu bringen. nicht unbedingt in dem Sinne, wie ich es möchte. Es hat so diese Leute, die haben wahrscheinlich die Funktion, die wir als sogenannte Gatekeepers bezeichnen und daher wird man nicht allzu Kritisches erwarten dürfen, weil die Ausgaben ist eigentlich viel klarer, als er Köppel meint. und ich habe es ihm natürlich auch gestimmt. Den Brief lese ich jetzt nicht vor, das würde jetzt dann doch zu weit führen. Dann gehen wir zur dritten Seite. Auf der dritten Seite habe ich nun das Planck'sche Strahlungsgesetz grafisch dargestellt. Man sieht hier, dass bei 1000 Wellenzahlen etwa das Maximum für 288,15 Kelvin ist das Planckstandsgesetz ein bisschen wie die Normalverteilung aus, einfach so mit der auslaufenden Tendenz. Die drei roten Striche geben die Position der IR-Banden an, wobei diejenige bei 1340 Wellenzahlen also die nächste beim Maximum die hat eben die Intensität null. Die grösste Intensität hat diejenige bei 2349 und die bei 667 das ist eine Biegeschwingung und die ist auch am breitesten. Wobei breit bedeutet maximal alle Rotationsbanden sind in einem Bereich von plus minus 20 Wellenzahlen. Die einzelnen Linien sind dann aber bedeutend schmaler. Es ist recht schwierig die genaue Breite von IR-Absorptionslinien zu bestimmen. Ich habe lange darüber gerechnet und diskutiert und die Linien die gemessen werden sind relativ breit. Das kommt daher, dass man meistens Flüssigkeits-IR-Spektren aufnimmt und das andere ist, dass das IR-Spektrometer das wesentlichen aus thermischen Elementen besteht, das eben breiter misst, als tatsächlich die Linien breit sind. Ein Experimentator für organische Chemikern ist es natürlich völlig scheissegal ob die Linie etwas breiter oder schmaler ist. Für ihn ist interessant wo diese Linien sind. Ich habe da unten dann noch meine Rechnungen dazu ausgeführt. Das sind sehr schnelle Rechnungen die gehen auf dem MacBook in weniger als einer Minute mit Programmen die ich selber ein bisschen modifiziert habe und diese Modifikation ist dann auch publiziert worden. Wobei man muss wissen diese Art von Rechnung kann man beliebig genau mit beliebig viel Rechenzeiten machen. Was wir gemacht haben ist so ein bisschen eine Verbesserung Parametern damit es schneller geht und besser geht. Diese Arbeit die ich vor 25 Jahren gemacht habe die eigentlich nur deshalb zitiert um zu zeigen dass ich nicht ignorant bin und wovon ich spreche man findet sie auch bei physikalischen Lehrbüchern. Was ihr vielleicht jetzt auch noch wissen muss die modernen Klimawissenschaften haben natürlich auch gemerkt dass es ein Nährspektrum gibt und das wird dann auf diesen Propagandaseiten wie die berühmte Klimakacken oder so ähnlich abgehandelt und die Idee ist jetzt diese schmalen Linien die würden dann diese Energie sozusagen wegsaugen und das ist deswegen begründet weil wenn sie ihre Absorption haben dann gibt es ungefähr tausend Stösse bis das wieder emittiert wird dann ist die Gefahr schon so dass das dann eben gelöscht wird und die Wärmebewegung übertragen wird was die Leute natürlich dann wieder vergessen und sehr gut benutzen dass sie nicht aufgepasst haben im Physik gut kriegen dass dann eben diese Absorption also das Löschen durch Stösse das ist dann normale Wärmeenergie und ist ja wie Sie wissen proportional zu T also genau genommen ist die Wärmeenergie 5 Zweitel R also die Gaskonstante mal T und das pro Mol Substanz haben sie gelernt 3 Zweitel ist für atomare Gase also die Edelgase also Moleküle haben 5 Zweitel RT und das zeigt Ihnen ja auch dass es egal ist welches Molekül die Rotationen spielen offensichtlich keine Rolle Vibration auch nicht wenn jetzt aber die Wärmekapazität proportional zu T ist und die Abstrahlung T hoch 4 ja dann ist die Abstrahlung wichtiger wissen Sie aber auch dass die Wärmetransport eben schneller oder grösser ist als die Strahlung Energie die abgestrahlt wird hopperla das absorbiere dann merkt sich der Boden wieder auf und dann wird der Boden emittieren er wird dann halt neben den Linien wieder emittieren und damit hat das sich erledigt Sie werden in dem Zusammenhang übrigens gerne mit diesen NASA Satellitendaten konfrontiert das ist der Nimbus 4 oder Nimbus 6 ich Interessante Sachen einmal sind seine ist sein Maximum am falschen Ort er hat ein Maximum bei 650 Wellenzahn statt bei 1000 das ist lustig ganz sehr lustig er hat einen Schiff drauf den sieht man auch und sein Linien sind wahnsinnig breit aber was er vor allem hat er hat Emissionen und zwar an der Antarktis das hat man auch zu erwarten nicht war bei wegen dem zweiten Hauptsatz werden wir mehr Emissionen als Absorptionen haben das ist noch verblüffend aber ja es hat dann jetzt auch noch geht dann zu weit es ist einfach so der Effekt ist klein und das wollte ich mit diesem Brief an Herrn Lesch ausdrücken und ihr könnt es euch denken Herr Lesch hat immer noch nicht geantwortet ich warte spannend schon lange und eigentlich voller Spannung auf seine Antwort da werde ich dann wohl enttäuscht nicht das ist halt so so gehen die Ideole der Kindheit gehen verloren das ist schon schade in dem Sinne ja soll ich sagen ja am besten ich sag's so wie Theo Lingen sagen hörte in seinem Film das ist schon traurig 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 ok ich ne tue ber es die lingen du maintenance she deh lie j die 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 Vielen Dank.